Hallo und Grüße miteinander. Heute geht es um die Knacken und Backen Verlosung, bei der es eine KitchenAid zu gewinnen gibt. Nicht diese hier, sondern eine von Kalifornischen Walnüsse gesponsorte Feuerrote KitchenAid. Ich mache es schnell und gebe schon mal die drei bekannt, die es in die Endauswahl geschafft haben. Und zwar ist das We Love Pasta mit 21 Stimmen. Gefolgt von, ich bin dann mal in der Küche, mit 22 Stimmen. Und zuletzt, wie nicht anders erwartet, Rock the Kitchen mit 64 Stimmen. Ich werde die jetzt wieder zusammenfalten und in die Schüssel der KitchenAid geben, die Rührschüssel. Dann mischen, 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 mischen. Und gewonnen hat We Love Pasta. Herzlichen Glückwunsch und viel Spass mit der von Kalifornischen Walnüsse gesponsorte KitchenAid. Nicht diese, sondern der Feuerrote. . Und da das ist Kürzöl. Und Kürzöl.